Wer war Emi Pickler? Was sind die Grundsätze und Ideen hinter ihrer Pädagogik? Was hat es mit der gesunden Entwicklung des Kindes auf sich und wie kann diese laut Emi Pickler gelingen? Dies und vieles mehr erfährst du im heutigen Video. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die Pädagogik nach Emi Pickler. Auf dem Erzieherkanal erscheint jede Woche mindestens ein Video rund um Themen des Erzieherberufs. Lasse gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und den Erzieherkanal zu unterstützen. Die Inhalte aus den Videos gibt es jetzt auch zum Nachlesen auf der Homepage www.erzieherkanal.de. Und jetzt viel Spaß beim Video. Wer war Emi Pickler? Emi Pickler wurde am 9. Januar 1902 in Wien geboren. Ihr Vater war Handwerker, ihre Mutter war Kindergärtnerin. Sie selbst entschied sich jedoch dazu, Medizin zu studieren und wurde Kinderärztin. Die Pädagogik nach Pickler ist für den gesamten Bereich der Pädagogik relevant und von Bedeutung. Jedoch können die Inhalte, Grundsätze und Ideen vor allem auf den Bereich der Krippenpädagogik angewandt werden. Emi Pickler hatte schon früh gewisse Vorstellungen über die kindliche Entwicklung und die Abläufe eben dieser. Diese verfestigten sich vor allen Dingen mit der Geburt der Tochter. Sie entschied, ihrer Tochter größtmögliche, kind- und altersgerechte Freiheiten einzuräumen. Dies immer mit dem Ziel, eine gesunde Entwicklung für ihre Tochter zu ermöglichen. Diese Grundsätze sind die Bestandteile der Pädagogik nach Emi Pickler. Das Ziel der Pädagogik Das ganz grundlegende Ziel der Pädagogik nach Emi Pickler ist die Ermöglichung der gesunden Entwicklung des Kindes. Gesunde Entwicklung kann vieles bedeuten. Deswegen schauen wir uns einmal genauer an, was Emi Pickler sich darunter vorgestellt hat. Pickler war der Auffassung, dass in der Entwicklung nichts beschleunigt werden muss. Das Kind sollte also nicht unter Druck gesetzt werden, etwas schnell zu schaffen oder zu lernen. Pickler vertrat die Ansicht, dass sich Kinder am besten entwickeln, wenn man ihnen Raum und Zeit dafür lässt. Werden Kinder unter Druck gesetzt, ist dies schädlich. Es wird genau das Gegenteil erreicht. Die gesunde Entwicklung des Kindes wird nicht beschleunigt, sondern gehemmt. Hier wird in der Pickler-Pädagogik von der Möglichkeit der ungestörten Entfaltung des Kindes gesprochen. Wie dies genau möglich ist, schauen wir uns jetzt an. Die Grundsätze und der pädagogische Ansatz Neben den eben schon kurz angeschnittenen Punkten gibt es weitere Grundsätze und Grundpfeiler im pädagogischen Ansatz der Pädagogik nach Emi Pickler. Als oberstes Ziel gilt ja die Ermöglichung der gesunden Entwicklung des Kindes. Diese gelingt unter anderem durch die Beziehung und Bindung zwischen erwachsener Person und dem Kind. An dieser Stelle wird unter anderem von der achtsamen und beziehungsvollen Pflege gesprochen. Als achtsame Pflege wird nicht nur die Pflege als solches verstanden. Es geht vor allem auch darum, mit dem Kind im Dialog zu sein, dem Kind achtsam und wertschätzend zu begegnen, dabei die Bedürfnisse und Impulse des Kindes wahrzunehmen und vor allem durch Kontinuität im Ablauf einen sicheren Rahmen zu ermöglichen. In den Pflegesituationen, beispielsweise beim Wickeln, sollten Handlungen sprachlich begleitet werden. Ein großer Begriff in der Pädagogik nach Emi Pickler ist die freie Entfaltungsmöglichkeit des Kindes. Dazu zählt ganz elementar die Motorik und Bewegung. An dieser Stelle finde ich folgendes Zitat von Emi Pickler sehr passend. Ein Säugling fördert sich selbst von früh bis spät. Ihn zum Sitzen oder Stehen aufzurichten, ist nicht nur überflüssig, sondern schädlich. Dabei geht es um den schon eben genannten Punkt. Kinder sollten nicht unter Druck zu etwas bewegt werden. Sie entwickeln sich am besten, wenn man ihnen Raum und Zeit dafür gibt. Das freie Spiel und die freien Möglichkeiten zum Spiel sind ebenfalls ein elementarer Teil der Pädagogik nach Pickler. Pickler wies immer wieder auf die vom Kind ausgehende aktive Bewegungsentwicklung und das eigenständige Spiel des Kindes hin. Diese Bewegungsmotivation muss nicht erst durch aufwendige Überzeugungskraft der erwachsenen Person geschaffen werden. Sie wohnt in dem Kind inne. Daran sollte angeknüpft werden. Das kann beispielsweise dadurch gelingen, dass verschiedene Bewegungsmöglichkeiten und Herausforderungen zur Verfügung gestellt werden. Das Kind darf sich räumlich und zeitlich daran ausprobieren, ohne dass es einem Druck ausgesetzt wird. Wenn es etwas schafft, dies langweilig wird, dann wird sich das Kind eine neue Herausforderung suchen. Dabei wird das Kind Spaß und Freude empfinden und vor allem findet so eine natürliche und äußerst konstruktive Entwicklungsförderung des Kindes statt. Die vom Kind ausgehende aktive Bewegungsentwicklung kann beispielsweise durch unbequeme und zu enge Kleidung gehemmt werden. Darauf sollte geachtet werden. Zusätzlich sollte natürlich die Möglichkeit und der Raum für Kinder bestehen, diesem Bewegungsdrang nachgehen zu können. Das Bild vom Kind Emmi Pickler misst dem Bild vom Kind eine große Bedeutung zu. Es wirkt sich maßgeblich auf die kindliche Entwicklung aus, wie das Kind gesehen und behandelt wird. In der Pädagogik nach Pickler wird das Kind als kompetentes Wesen beschrieben, welches eigenständig und aktiv die Umwelt verstehen und begreifen möchte. Das Kind ist von Natur aus friedlich und neugierig. Pickler betonte immer wieder, dass es einen negativen Einfluss auf das Kind hat, wenn es als inkompetent und unfertig angesehen wird und erwachsene Personen das Kind bevormunden und ihm zeigen wollen, wie etwas zu funktionieren hat. Vor allem bei kleinen Kindern sind die Pflegesituationen von großer Bedeutung. Diesen sollte ein pädagogischer Anteil beigetragen werden. Beispielsweise durch die eben schon erwähnten sprachlichen Begleitungen. Eine sinnbildliche Situation für das Bild vom Kind ist der Sturz eines Kindes. Fällt ein Kind hin, dann sollte ihm der Raum und die Zeit gegeben werden, selbstständig wieder aufzustehen. Wie schnell passiert es, dass eine erwachsene Person sofort zum Kind eilt und es hochzieht? Das ist zwar gut gemeint, aber laut Amy Pickler nicht gut fürs Kind. Fällt das Kind hin und schafft es dann aber alleine wieder aufzustehen, ist dies eine unfassbar wertvolle und wichtige Erfahrung. Das Kind lernt, dass es Probleme selbst lösen kann, die Situation selbst unter Kontrolle hat und auch aus negativen Situationen eigenständig herauskommen kann. Natürlich sollte das Kind bei wirklich starken und möglicherweise überfordernden Problemen nicht alleine gelassen werden. Die Rolle der pädagogischen Fachkraft Die Rolle der pädagogischen Fachkraft ist vor allem dadurch geprägt, die Signale und Impulse des Kindes wahrzunehmen und angemessen zu deuten. Das bedeutet auch, dass die pädagogische Fachkraft eher die Rolle der beobachtenden Person einnimmt und nicht dauerhaft aktiv das Kind beschäftigt und ihm alles vorgibt und vorsetzt. Spielmaterialien und Möglichkeiten werden zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht. Das war es aber auch. Es werden dem Kind beispielsweise keine Spielmaterialien mit einem Auftrag in die Hand gegeben. Durch die Beobachtung und Dokumentation des Kindes schafft es die pädagogische Fachkraft, das Kind besser zu verstehen. Durch Kommunikation und sprachliche alltägliche Begleitung ist es möglich, die Welt des Kindes mit seinen Bedürfnissen zu verstehen und so einen anregungsreichen Raum und eine anregungsreiche Umgebung für das Kind zu schaffen. Grundlage dafür ist außerdem, dass die pädagogische Fachkraft Kenntnisse über Entwicklungsschritte des Kindes hat und die Signale und Impulse des Kindes versteht. Klicke hier, um zu dem aktuellsten Video auf dem Erzieherkanal zu gelangen. Lasse hier ein kostenloses Abo da. Für weitere Infos schaue doch mal auf der Homepage www.erzieherkanal.de vorbei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Simon vom Erzieherkanal.